Facebook hat in der letzten Zeit nicht besonders viel Glück, zumindest wenn man an Glück oder Schicksal glaubt. Manche unterstellen allerdings auch eher Böswilligkeit. Dass das Unternehmen gelogen hat, ist jetzt ganz gut dokumentiert. Ganz aktuell, letzte Woche, wurden mindestens 50 Millionen Excess Tokens gestohlen. Wenn man sich in Facebook einloggt, wird am eigenen Rechner so ein Excess Token gespeichert, damit man sich beim nächsten Mal nicht mehr einloggen muss. Wenn jemand in den Besitz dieses Tokens gelangt, dann kann er im Wesentlichen ein Facebook-Account übernehmen und dort wieder Besitzer agieren. Diese 50 Millionen Tokens wurden durch eine Fehlfunktion der Facebook-Funktion Profil ansehen als ermöglicht. Wenn Sie Ihr eigenes Profil ansehen wollen als Person XY und zeigt Ihnen Facebook, was diese Person sieht, eben wenn man überprüfen möchte, ob die Privacy-Einstellungen korrekt sind und so weiter. Nun hat man diese Funktion genutzt, dann wurde dabei aber blöderweise auch der Original-Token des Nutzers dupliziert und nachdem der Hacker sich in den Besitz dieses Tokens gebracht hatte, konnte er auch die Privacy-Tokens der Freunde dieses Nutzers wiederum über die Funktion Profil ansehen als verwenden. Ein relativ großes Desaster. Facebook hat dann nach eigenen Ausgaben in den letzten Tagen 90 Millionen Nutzer zwangs ausgeloggt. Haben Sie vielleicht auch bemerkt, weil sie sich neu einloggen mussten und kommuniziert darüber wieder einmal sensationell wenig. Das ist die eine Sache. Könnte sich noch als Glücksfall für Facebook entpuppen, weil dabei vielleicht die Recherche der Reporterin Kashmir Hill etwas untergeht. Kashmir Hill ist eine Senior Editor beim Online-Magazin Gizmodo und beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit Privacy-Themen. Unter anderem eben auch damit, ob Facebook diese sogenannten Schattenprofile betreibt oder anlegt. Schattenprofile sind Facebook-Profile von Personen, die sich selbst nie auf Facebook registriert haben, aber über die Facebook eben trotzdem angeblich Daten sammelt. Wie kommt sowas zustande? Nun beispielsweise könnte jemand seine Kontaktliste vom Handy oder vom Adressbuch abgleichen mit Facebook und Facebook speichert dann auch die E-Mail-Adressen und Telefonnummern all diese Personen, die sich im Adressbuch befinden, die aber selbst vielleicht gar keinen Facebook-Account haben oder möglicherweise auch andere E-Mail-Adressen oder eine andere E-Mail-Adresse für diesen Account verwenden. Diese Schattenprofile, das war bisher die offizielle Aussage von Facebook, würden nur zu Sicherheitszwecken gespeichert. Nun voriges Jahr hat dann Kashmir Hill eine Anfrage gestellt, eine offizielle, und da hieß es eben damals genau noch, das machen wir eben nicht. Vor einigen Monaten kam es dann dazu, dass etliche Facebook-Nutzer, die die Zwei-Faktor-Authentifikation nutzen, das bedeutet, wenn man sich einloggt, bekommt man zusätzlich zum Passwort aufs Handy einen einmal gültigen Code zugeschickt, den man braucht, soll eben das Übernehmen von fremden Accounts erschweren. Und Nutzer, die diese Zwei-Faktor-Authentication genutzt hatten, die bekamen dann plötzlich Werbung, getargetet über Telefonnummern, die sie für dieses 2FA-System verwendet hatten. Das ist ein meiner Ansicht nach sehr klarer Verstoß gegen die DSGVO, die ja verlangt, dass Daten nur für den Zweck genutzt werden dürfen, persönliche Daten, in denen der Nutzer eingestimmt hat. Facebook hat immer bestritten, dass wir das machen und als das erste Mal sich Nutzer beschwert haben, hieß es, das sei eine ärgerliche Fehlfunktion und man wolle natürlich nicht das Vertrauen der Nutzer in diese so wichtige Zwei-Faktor-Authentifizierung untergraben. Kashmir Hill hat dann gemeinsam mit einer Forschergruppe sich das Ganze näher angeschaut, die haben auch einige Experimente gemacht und ist dann draufgekommen, diese Form von Targeting funktioniert eben sehr wohl. Wenn Sie selber schon mal den Facebook-Ad-Manager benutzt haben, kennen Sie das vielleicht. Man kann dort Custom-Zielgruppen anlegen, beispielsweise auch indem man eine Datei mit E-Mail-Adressen oder mit Telefonnummern hochlädt. Was dann passiert in weiterer Folge? Ich kann diese Datei hochladen und nehmen wir mal an, Facebook kann eine Telefonnummer darin einem Nutzer zuordnen, der aber diese Telefonnummer gar nie bei seinem Profil angegeben hat. Und ich kann dann trotzdem Werbung für diesen Nutzer schalten. Und dieser Nutzer weiß im Normalfall natürlich gar nicht, dass Facebook seine Telefonnummer hat und kann damit auch nicht über seine Daten verfügen. Und das ist auch so ziemlich das Gegenteil von Transparenz, für die sich Facebook immer so lobt. Da hat man also ganz klar Falschaussagen getätigt. Mittlerweile hat Facebook zugegeben, dass man diese zwei FA-Telefonnummern auch nützt und etwas lamoyant angefügt. Wer das nicht möchte, wer da ein Opt-Out wünscht, der kann ja eine andere Zwei-Faktor-Authentifizierungsmöglichkeit nutzen. Es gibt ja noch Google Authenticator und ein paar Möglichkeiten, die unterstützt Facebook aber überhaupt erst seit ein paar Monaten. Der ganze Wahnsinn sozusagen, den sieht man ganz gut in einem Zitat aus einem CD-Net-Beitrag. Verborgen bleibt den Facebook-Nutzern dabei auch, was Facebook nebenbei an Informationen über sie aus den Kontaktdaten anderer Nutzer ausgelesen hat. Wenn etwa Nutzerin A ihre Kontakte mit Facebook teilt, so fanden die Forscher heraus, und sich darin eine zuvor nicht bekannte Telefonnummer für Nutzer B findet, lässt Facebook anschließend interessierte Firmen zu dieser Nummer Inserate schalten. Nutzer B kann aber selbst solche Schatteninformationen über sich weder sehen noch löschen. Denn das verweigert Facebook mit der originellen Begründung, es verletze die Privatsphäre von Nutzerin A. Das ist also schon eine ziemlich bequere Logik, die sich das größte Social Network der Welt hier zurechtgelegt hat. Und ich denke mal, wer nach diesem für mich durchaus ein veritabler Skandal oder zumindest nach dieser gezielten Falschinformation dem Konzern noch irgendwas glaubt, der ist entweder sehr naiv oder nicht ausreichend informiert. Sie können das Ganze genauer durchlesen in meinem aktuellen Blogbeitrag. Datenschmutz out.